dann ist eigentlich mein ja mein tagesbedürfnis an leistung gestillt mehr hatte ich mir heute nicht vorgenommen so reicht nicht einfach mal sehr stark von aus wenn ich habe ich noch ein bisschen mehr hatte ich mir heute nicht vorgenommen und ich denke mal das schaffe ich auch gut in der zeit in der das server online ist obwohl xenix meinte er kommt später noch das heißt der server bleibt wohl ein bisschen länger als sonst online sonst ist er immer von 20 uhr bis 23 uhr und das haben wir genau jetzt online wollte ich nicht fenster lassen und mit 123 doch wollte ich nur weil ich jetzt total am arsch bin darf ich natürlich nicht die fenster vergessen auch hier habe ich eh nicht mitgenommen warum soll ich daran denken ist ja nur wichtig das sieht cool aus sie die türme die die sehen extremst cool aus auf dem berg also die haben wir noch mal ein besseres feeling finde ich jetzt also ich finde die richtig richtig gut auch wenn eigenlob ja bekanntlich stinkt aber hey ich bin gamer ich stinke ja sowieso ne ich hoffe er versteht diesen sarkasmus so wenn nicht dann müsst ihr lernen was sarkasmus bedeutet das ist dann auch nicht mein problem gut dann da noch ein paar leitern hin und dann zu damit das ist nämlich hoch genug der ist ungefähr so ja so halb hoch ne so halb hoch wie die aber da ist ja auch schon von sich aus übelst hoch der muss ja in eigener kraft die höhe der konkurrierenden berge abdecken was die ja nicht müssen die können sich ja auch ihren bergen ausruhen aber der turm hier der muss gegen den berg und gegen die konkurrenz ankämpfen schnee region die sonne geht unter wunderschön wunderschön ich denke mal dann können wir in der nacht den turm fertig stellen und dann habe ich für heute eigentlich genug mein kopf gezockt ist fertig für mich so und nicht zufrieden mit meiner leistung ausnahmsweise mal sonst bin ich immer unzufrieden ach ja und ich habe kein clean stone mitgenommen obwohl ich ihn gebrannt habe der jetzt hier für die half steps nötig wäre wie war das wir möchten die aufnahme oder die den turm in der nacht beenden ich habe schon wieder ernsthafte zweifel an dieser tatsache nachher wieso muss es also schwer sein ja ich glaube der abstand ist sogar fast gleich von den beiden zum mittleren jetzt ok dann die wie gehabt dieses komische er hat da noch der crafting table drauf wieso ist hier eine fackel entweder normalerweise mache ich gar keine oder dann direkt alle ganz oder gar nicht das ist hier die wiese sagt sagt so du kommst mit ja gut komm rennen wir schnell nach hause ja wenn er jetzt rennen würde tut aber nicht ist zu faul das problem ist nach hause muss ich immer durch dieses kleine waldstück hier und das ist schon gefährlich genug aber ist richtig übelst hell mit den glowstones ne zieht euch das rein richtig gut also ein halbwegs sicherer weg will jetzt nicht nur ausweiten theoretisch könnte man ja das ganze gebiet in dem wir uns aufhalten moment doch moment da sind noch eine noch okay immerhin können wir benutzen so dann der clean stone nein ich habe schon wieder ein kaktus aufgenommen automatisch schön und gut aber trotzdem da ist es da ist es so dann kommt mal das kommt da rein kaktus kommt da rein ja hier ne saplings kommt in die mühlkiste ich sowieso so gut wie gar nicht brauche zu mal wie viel ich schon ab 61 kann der xanix mal wieder welche pflanzen so warum hä stone ich hatte noch so dabei auch so ja 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 klar ich hätte jetzt den weg gar nicht doch ich hätte den weg machen müssen all die weil ich brauche ja eh die glasscheiben okay ich habe nichts gesagt so dann jetzt noch mal schnell durch die dunkelheit ich hoffe wir überleben das jetzt wenn nicht ist auch nicht so schlimm aber wer schadet dann verlieren wir level 7 aber wir haben ja immerhin eine rüstung das schützt uns vom meisten allerdings eine creeper explosion fetzt durch unsere rüstung durch also mal auch instant tot was zwar nicht so ganz logisch ist irgendwo muss ja die schwierigkeit grad herkommen ich glaube der server ist auch auf easy gestellt das merkt man schon ich zog ja normalerweise immer auf ich zog normalerweise immer auf normal und da ziehen die einem zieht euch die beiden rein ja nix meine ep meine ep habe ich gesagt ich hoffe das waren jetzt auch meine ep sonst bin ich stinkig greifen die sich einfach mal gegenseitig an wahrscheinlich hat das skelett aus versehen auf die spinne geschossen obwohl es auf mich schießen wollte und ich sehe gerade da müssen doch noch fackeln hin ja ich will ja nicht dass jetzt hier einfach mal so was in der luft spawnt ne auch wenn das gar nicht möglich ist ja komm äh schon wieder eine leiter vergessen die verkrüppelt gesetzt hatte so aber man muss das auch gleichmäßig machen so gut dann der altbewährte trick hoppsa weil man kann ja nichts auf dem crafting table raufsetzen da wird ja sofort aktiviert das ist richtig das aktivierungsempfindlich das aktivierungsheist so dann ne schaffe ich nicht hopp 1 uhr nachts habs und noch da warum warst du nicht mehr da ja ich war voll müde ja war doch noch war doch noch gar nicht spät ja so ein uhr so ne achten schon nix stone so da machen wir uns jetzt ne nicht die dinger die dinger genau keine ahnung wie viele wird jetzt wahrscheinlich wieder was übrig bleiben ach das sind doch schon wieder viel zu viele oder obwohl könnte hinkommen wenn ich ganz vorsichtig hoffe na 3 zu wenig oh das passt aber man kriegt ja immer 3 dann bleibt diesmal kein dingens übrig und füllt mein inventar unnötig das ist gut das ist gut jawoll und dann noch jetzt hier die fackeln drauf dann noch die fenster rein ein wunder ich hab mal dran gedacht ich hätte ihn jetzt nicht weggegangen dann ist mir nachher eingefallen oh fenster ich hab mal direkt dran gedacht und im dunkeln kann man die auch sehr gut sehen die türme so ah ja fenster ja das können wir auf dem weg nach unten auch machen eins ich guck ich guck ich guck in die richtung und der mann setzt das ding hinter mir also ich will nicht wissen was der für gelenke hat aber das ist bestimmt nicht ganz gesund wie der sich hier verrenkt hat wir da ne diesmal nicht aber um die ecke kann er setzen oh guck mal da ein grüner mensch ist in grünen farbeimer gefallen da hat er schießpulver gefressen und jetzt macht er allen das leben schwer zack 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 boah was mit meiner maus so jetzt geht's wieder grad übelsten hänger schon wieder irgendwo irgendetwas klebt da auf meiner meinem schreibtisch warte mal vielleicht ist meine hand auch einfach nur kaputt ne irgendetwas stimmt da nicht irgendetwas stimmt da nicht ist der lasersensor kaputt ohne so wo ist denn jetzt diese spinne oh warte schwert ist effektiver schärfer hmm spinne nein nein oh ja scheiße ah a ah ah eine fresse musste das jetzt ja ja ich weiß meine güte lasst mich einfach genau lasst mich einfach in ruhe gott 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 nee nee was ein mist acht er will sich mir noch den weg stellen kümmerlos ausgerannt zum china so voll leute ich würde mal sagen ach so ja wie wär's wenn du die druckplatte benutzt wochen macht man nichts aus ich würde mich in meiner eigenen wohnung ja leute ich bin fertig ob der nächste ne ich bin fertig für heute und ich würde mal sagen das war es erstmal mit also fürs erste mit let's play minecraft wir sehen uns dann beim nächsten mal wieder das war's von mir für die fränke 1994 bis dann tschüss